... ein Luftkissenmöbelschieber. Das ist ein sehr praktisches Gerät. Ich benutze es selbst. Sie können damit alles verrücken. Sie kriegen weder Kratzer am Boden noch Rückenschmerzen. Die Paneele sind mit einem Gebläse verbunden. Genau. Marfa, etwas näher ran. Ich will was zeigen. Die Luft wird hier in kleine Kammern gepresst. Durch den Druck, der dadurch entsteht, können Sie über zwei Zentner anheben. Und so transportiert Al seine Mutter. Tim, bitte. Können wir jetzt... Können wir jetzt vielleicht das Gerät vorführen? Wir hängen das Gebläse über die Schulter und schalten es ab. Dann lässt sich der Kühlschrank mühelos fortbewegen. Wow, da kann ich es heute auch. Das ist wirklich praktisch, aber dieses Gerät hebt ein Möbelstück nur drei Zentimeter hoch. Was ist, wenn es eine Stufe rauf muss? Dann machst du es wieder wie früher und kriegst einen Bandscheibenvorfall. Ich zeige Ihnen jetzt, wie ich es machen würde. Heidi, meine Turbomöbelschieber, bitte. Bitte sehr Tim. Danke, Heidi. Mit den paar Verbesserungen, die ich vorgenommen habe, schafft das Gerät jetzt ungefähr 30 Zentimeter. Hilf mal. Genau. Danke, Heidi. Jetzt schalte ein und auf geht's. Oh, 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 oh. Vielen Dank. Vielen Dank. oder die Augen oder den besten Charakter. Rate mal, wer den allerbesten Hintern hat. Ich weiß nicht. Zeig mal her. Sieh ihn dir an, solange du willst. Nicht deinen blöden Hintern, die Liste. Warum stehe ich hier nicht drauf? Wie konnte ich den besten Augenbrauen für Joey Pergunis verlieren? Der hat nur eine. Hallo, Jungs. Hi, Mom. Was machst du für Verrenkungen? Ich bewundere gerade ein Kunstwerk. Ich finde, die Kinder werden immer verrückter. Oh, verrückt ist viel zu milder ausgedrückt. Sie sind der reinste Horror. Ja, aber in der Schule habe ich noch was viel Schlimmeres gehört. Du kennst doch meine Freundin Patty. Die Frau, die du magst, war sie älter als du? Ja. Und stell dir vor, sie ist schwanger. Das ist schön. Patty findet das nicht so schön. Sie ist 43 Jahre alt. Ihre Kinder sind jetzt größer und sie war so begeistert, wieder in der Schule zu sein. Und jetzt wird sich alles ändern. Vielleicht sollten Patty und Mr. Patty einen Gummischutz benutzen. Aber das haben sie auch gemacht. Sie haben das Gleiche genommen wie wir. Oh, nein. Noch ein Kind wäre für Sie eine echte Katastrophe. Wo sie sich doch erst einen Hund angeschafft haben. Tim, wir sind uns doch hoffentlich einig, dass unsere Familie groß genug ist. Nicht noch mehr solche Horror-Kinder. Bist du sicher? Ganz sicher. Gut, dann sollten wir uns vielleicht etwas Wirksameres überlegen. Etwas Endgültiges. Getrennte Schlafzimmer? Tim. In Ordnung. Wenn du was Endgültiges willst, du hast meine volle Unterstützung. Hase, ich rede von dir, von einer Vasektomie. Du, ich, ich mache einen Rückzieher. Ich dachte, du redest von dem Dingsleiterverschluss. Ja, ich rede von diesem Dingsleiterverschluss, aber bei dir natürlich. Hey, vergiss es, an mir schnippelt niemand rum. Hase, eine Vasektomie ist für einen Mann eine Kleinigkeit, aber für eine Frau ist es ein wesentlich größerer Eingriff. Hast du das aus einer Mannsenzeitschrift? Also, hör zu, wenn ich es tue, dann muss ich ins Krankenhaus, kriege eine Vollnarkose und werde operiert. Bei Männern wird der Eingriff ambulant vorgenommen. Es ist wirklich eine Kleinigkeit. Ich sag dir mal was, wenn es um die unteren Regionen geht, ist es absolut keine Kleinigkeit. Mein Gynäkologe hat mir eine wirklich gute Adresse genannt. Lass uns wenigstens hingehen und anhören, was Dr. Kaplan sagt. Aber warum denn? Warum wollen wir nicht noch mehr Kinder kriegen? Noch vor einer Minute warst du auf unsere Kinder nicht gut zu sprechen. Du hast sie Horror-Kinder genannt. Das war doch positiv gemeint. Ich liebe diese Kerlchen. Hey, Kinder, kommt runter. Daddy will euch sagen, wie lieb er euch hat. Hey, Leute. Hey, Marty. Hey, Benny. Hey, Marty. Toller Pullover. Das erinnert mich an was. Eins von den Kindern hat mal gekotzt, weil es Wachsmahlkreiden gegessen hatte. Sehr witzig, ja. Hey, wer zieht dir sowas an? Deine Frau? Sie zieht mich nicht an. Sie kauft es. Und ich muss es tragen. Du wirst ein echter Pantoffelheld, Marty. Übrigens, Pantoffelheld. Ich habe gehört, deine Frau schickt dich morgen zum Urologen. Marty, das ist wirklich eine intime Angelegenheit. Was ist los? Bist du krank? Nein, nein. Deine Prostata, oder? Meine ist größer als eine Apfelsine. Nein, nein. Jill zwingt hin zu einer Vasektomie. Marty. Eine Vasektomie? Wow. Oh mein Gott. Sie lässt dich kastrieren? Ich kriege morgen keine Vasektomie. Wir informieren uns nur, klar? Ja, weißt du, ich kann nur sagen, ich würde es nicht so lassen, dass Nancy mich dazu zwingt. Nein. Wer will schon, dass jemand mit sowas auf einen losgeht? Aber sowas nehmen sie doch gar nicht, oder? Was nimmt denn ein Tierarzt, wenn er sie abschneiden will? Was? Wie kommst du denn auf Tierarzt und abgeschnitten wird sowieso nichts? Das machen die innerlich. Ich würde es trotzdem nie machen lassen. Na, bei dir wäre das auch nicht nötig. Naja, ich kann nur sagen, wer das machen lässt, ist danach kein Mann mehr. So ist das nicht. Man verändert sich doch nicht. Sagt das meinem Hund. Helmut ist kastriert worden und er hat sich total verändert. Er dreht sich nur noch im Kreis, den ganzen Tag lang und zernagt meine Pantoffeln. Das hat er immer getan, Marty. Ja, aber jetzt hat er dauernd so einen todtraurigen Ausdruck im Gesicht. Könnt ihr jetzt endlich von was anderem reden? Ich finde es besser, jetzt davon zu reden, denn hinterher klingt deine Stimme so. Da kannst du im Kinderkurs singen. Sehr witzig, echt. Ja, ich finde, ihr seid reichlich taktlos. Die Vasektomie ist ein löblicher Weg für Männer, Verantwortung zu übernehmen. Tim hat eine liebevolle Entscheidung getroffen. Die Klappe, Al. Sei ehrlich, Al. Liest du den ganzen Tag auf dem Klo im Mansen Zeitschriften? Hey, Tim, gib mal Kartoffelchips rüber. Sehe ich aus wie ein Kellner? Also, keine Chips. Hast du Nüsse? Lass uns gehen. Vielleicht kommt der Doktor gar nicht. Hase, wir sind noch keine Minute hier. Wirklich? Kommt mir viel länger vor. Harold, komm sofort zurück! Noch ein zufriedener Kunde. Hi, Mr. und Mrs. Taylor. Ich bin Dr. Kaplan. Ich komme gleich zu Ihnen. Harold! Eine Frau? Du hast mich zu einer Frau gebracht? Ich wusste nicht, dass es eine Frau ist. Mein Gynäkologe hat mir gesagt, dass Dr. Kaplan eine Kapazität ist. Ausgerechnet eine Frau. Was versteht die schon vom Männerland? Männerland? Hast du da unten einen Vergnügungspark oder was? Keiner sagt, du sollst den Eingriff von einer Frau machen lassen. Aber wenn wir schon mal hier sind, rede wenigstens mit ihr. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. So. Was führt Sie zu mir? Wir interessieren uns für eine Vasektomie. Sie aber mehr als ich. Das ist nicht ungewöhnlich. Aber ich versichere Ihnen, Mr. Taylor, das ist ein ganz ungefährlicher Eingriff. So etwas machen wir hier täglich. Und es ist doch vollkommen sicher. Fast 100 Prozent. Und was ist, wenn ich es nicht mehr will? Nur in wenigen Fällen kann man es rückgängig machen und die Erfolgschancen sind ziemlich gering. Ich meine, wenn ich es überhaupt nicht will und jetzt gehe. Tim, 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 warte, warte. Mein Mann, denke ich, ist natürlich sehr besorgt, dass es sich vielleicht auf seine Leistung ausdruckt. Schatz, ich erkläre es Ihnen. Sehen Sie, es ist wie in einer Show. Ich will nur nicht, dass während der Vorstellung plötzlich der Vorhang runtergeht. Es beeinträchtigt in keiner Weise Ihre sexuelle Leistungsfähigkeit. Es wird lediglich der Samenfluss unterbrochen. Oh Mann. Wie verhindern das die Spermien in den Samenleiter gelangen? Ich fische dann ohne Köder. Ohne Köder. Bitte erklären Sie uns, wie das alles vor sich geht. Da bin ich aber gespannt. Sie werden am Morgen Ihres Termins in dem Bereich, wo wir den Eingriff vornehmen, rasiert. Rasiert? Wieso? Da? Das ist nur eine Routineangelegenheit. Das ist bei uns keine Routine. Denken Sie, ich wache morgens auf, klem die Haare, putze die Zähne und rasiere Ping und Pong? Du könntest ja zum Friseur gehen, aber ich fände das peinlich. Als erstes werden Sie eine Lokalanästhesie bekommen. Lokal hier in Detroit? Nein. Lokal heißt hier. In ihr Skotum. Oh Mann. Das kann einige Sekunden brennen. Ehrlich? Und dann mache ich zwei kleine Schnitte, durchtrenne die Samenleiter und werde sie abbinden. Der Schmerz ist wirklich minimal. Sagen Sie doch das bitte den beiden da unten. In ein paar Tagen ist alles wieder normal. Das Einzige ist, dass Sie an dem Tag nicht Auto fahren können. Was? Ich kann nicht fahren, vergessen wir es. Was meinst du mit vergessen wir es? Schatz, ehrlich, bis jetzt war ich dafür, aber jetzt reicht's. Das ist wirklich der Gift. Nur für einen Tag. Es ist schlimm genug, einem Mann die Männlichkeit zu nehmen, aber ihm den Wagen zu nehmen ist inhuman. Harold, warte auf mich. Hast du es nicht satt dauernd auf deinen Hintern zu glotzen? Komischerweise nicht. Mark, ich werde dir was erzählen, was dir sonst kein Mensch erzählt. Aussehen ist wichtig und mein Hintern ist toll. Schade, dass du immer nur drauf sitzt. Hi, Brad. Hi. Sei ehrlich, Angela, sind meine Augen voll besser als die von Joey Pegones? ich habe auch für dich gestimmt. Ich verstehe nicht, dass ich vor allem verliere, der eine Raupe im Gesicht hat. Hi, Brad, hi, Angela. Hi, wie geht's? Super. Hast du zufällig die neue Liste gesehen? Ich habe den besten Hintern. Ja, und weißt du, wer die Liste angefangen hat? Alison Lewis. Sie hatte es oft mit ihrem Freund Jeff Mayfield, der hat den süßesten Hintern in der Welt. Er hatte ein paar Mal mit Tiffany Vink geredet. Sie hat sich daraufhin mit dieser Liste gerecht. Und anstatt seinen Hintern drauf zu schreiben, und das wäre ja auch klar gewesen, hat sie sich aus Wund für den Allerkleinsten entschieden. Und das ist deine. Vielleicht hätte ich es dir nicht sagen sollen. Findest du? Tut mir leid. Oh mein Gott, Brad, ist mir das peinlich. Du hättest mir das sagen sollen. Aber ich... Hätte ich geahnt, dass er es nicht weiß, hätte ich nichts gesagt. Ich bin normalerweise sehr zurückhaltend. Tim, sag mal, hast du nicht kapiert, was Dr. Kaplan gesagt hat? Doch. Ja, sie will, dass ich ohne Köder fische. Hasse, ich weiß doch, wie schwer es für dich gewesen ist, mit dieser Ärztin zu sprechen, aber ich habe gehofft, dass wir nachher in aller Ruhe und ganz vernünftig darüber reden können. Haben wir doch auf dem Nachhauseweg. Alles, was du auf dem Nachhauseweg von dir gegeben hast, war eine lächerliche Ausrede nach der anderen. Das ist nicht wahr. Ich habe nur gesagt, dass es gut wäre, dafür auf besseres Wetter zu warten. Ich könnte dir ja ein kleines Polöferchen stricken. Du hast es doch gehört. Rasieren und Spritzen, du hast keine Ahnung von den Schmerzen da unten. Wow, wow, wow. Na, warte, Freundchen. Ich verstehe also nichts von den Schmerzen da unten, hä? Ich habe dir immerhin drei Kinder unter wahnsinnigen Schmerzen auf die Welt gebracht. Was lächerlicherweise als sanfte Geburt bezeichnet wird. Oh Mann, das schon wieder. Der Schmerz der Gebärenden. Gibt es dafür eigentlich keine Verjährungsfrist? Für einen kompletten Idioten wie dich gibt es auch keine Verjährungsfrist. Du bist total unfähig, Verantwortung zu übernehmen, wie ich es musste. Die ganze Verantwortung habe ich getragen, seit wir uns kennen. Es geht nicht darum, Verantwortung zu tragen, sondern darum, dass ich kastriert werde und ohne Köder fischen muss. Wer redet hier eigentlich von Kastration? Einige Experten, die ich kenne. Oh, welche Experten? Harry und Benny? Die waren wohl auf der Idioten-Universität. Ja, sie sind vielleicht Idioten, aber sie denken genau wie ich. Oh, sie sind es, Nachbar. Ja, ja. Hi, Wilson. Was tun Sie da? Ach, ich sammle ein paar Äste für mein Terrarium. Es ist Paarungszeit für meine neuen Spinnen. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, Tim, dass das Männchen sein Geschlechtsorgan am Ende eines Hinterbeines hat. Dann dürfen Sie sie nicht in Gilles Nähe lassen. Darher haben Sie ein Bein zu wenig. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Sie will, dass ich eine Vasektomie machen lasse. Ah, jetzt verstehe ich. Ich weiß, viele lassen das machen, aber ich bin nicht so einer. Ich mag nicht, dass da unten einer... Na ja. Ja, ja, Tim. Es ist völlig normal, dass ein Mann stolz auf seine Männlichkeit ist. Es verleiht ihm ein Machtgefühl, seine Gene zu vererben. Ich habe jede Menge Gene. Tatsache ist, in vielen Kulturkreisen werden Männer an ihrer Zeugungsfähigkeit gemessen. Bei dem Zulu-Stamm der Quarzulu ist es so, je mehr Kinder ein Mann hat, desto angesehener ist er. Ich will gar nicht mehr Kinder, aber die Möglichkeit. Als Jill das erste Mal schwanger war, habe ich mich unglaublich männlich gefühlt. Na ja, das ist verständlich. Ja. Ein Mann kann das nachfühlen. Ich weiß aber auch, dass es viele andere Dinge gibt, die einen Mann ausmachen. Die wären? Nun ja, die Art zu leben, die Fürsorge für die Kinder, die Beziehung zu seiner Frau. Dann soll ich, soll ich die Vasektomie machen lassen? Oh Tim, ich kann Ihnen nicht raten, was Sie tun sollen. Wenn ich es machen lassen würde, würde ich mich nicht in meiner Männlichkeit beschnitten fühlen. Wenn Sie es machen, ich auch nicht. Tim. Was machst du denn hier? Habt ihr noch mehr Vasektomie Witze gemacht? Naja, eigentlich hätten wir noch zwölf auf Lage. Deswegen bin ich nicht hier. Ich, äh, ich wollte mich bei dir wegen neulich entschuldigen. Wir waren vielleicht etwas grau. Was du nicht sagst. Harry, ich kann einen Witz vertragen, okay? Ja, weißt du, Tim, viele Männer haben eine Vasektomie hinter sich und sind immer noch so männlich wie vorher. Ja, nenn mir einen. Ich. Hä? Ja, es war vor fünf Jahren. Hä? Wirklich? Jetzt weiß ich, dass die Stimme nicht höher wird. Doch, sie wurde höher. Wenn das schon vor fünf Jahren bei dir gemacht wurde, wieso hast du das neulich nicht gesagt? Was, vor all den Idioten? Schau mal, wie sie dich verarscht haben. Ich kann es einfach nicht glauben. Du und eine Vasektomie. Zuerst wollte Dolores was machen lassen, aber sie hatte große Angst vor der Operation und außerdem hatte sie vier Geburten hinter sich. Na ja, ich wurde in Vietnam angeschossen, niedergestochen, geschlagen, gebissen und da dachte ich, was sind schon zwei Schnitte? Es ist wirklich erstaunlich. Da kennt man einen Kerl schon viele Jahre, aber davon, was in seiner Hose los ist, hat man keine Ahnung. Also unter uns gesagt, es ist gar nichts dabei. Man fühlt sich genauso wie vorher. Der einzige Unterschied, das ist ein Sexualleben. Was ist damit? Jederzeit, überall. Jederzeit, überall. Ja, genau. Und es hilft also auch in deiner Beziehung? Unsere Beziehung kann gar nichts helfen. Aber unser Sexualleben ist viel besser. Gerade heute Morgen, als ich zur Arbeit gehen wollte, da kam Dolores mit Lockenwicklern und sonst nichts an. Na ja, und das hat mir sehr geholfen. Ich würde der Lüge gerne noch bleiben, weil ich es hier so toll finde, aber ich habe meiner Mom versprochen, um Sex zu Hause zu sein und wenn ich zu spät bin, kriege ich eine Standpauke und sie redet und redet und ich kriege kein einziges Wort dazwischen. Es ist total ätzend. Sagen Sie mal, kennen Sie auch so jemanden? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Hi. Hi. Ciao. Uh, was gibt's denn? Riecht echt gut. Ein Fertiggericht. Ah, mein Lieblingsessen. Ich bin jetzt bereit zu reden. Worüber? Über das, worüber du reden wolltest, als ich nicht darüber reden wollte. Über die Vasektomie? Ja. Das ganze Problem dabei ist, obwohl ich nicht noch mehr Kinder haben will, aber wenn ich nur daran denke, keine Zeugen zu können, dann fühle ich mich nicht wie... Ein richtiger Mann. Das stimmt genau. Tim, wenn ich meine Eileiter abbinden lassen würde, wäre ich dann keine richtige Frau mehr für dich? Doch. Und wo liegt für dich da der Unterschied? Ja, wo liegt eigentlich der Unterschied? Wenn du es tust, würdest du mich nicht nur vor einer unangenehmen Operation bewahren, sondern es wäre auch ein echter Beweis, dass du zu mir und unserer Beziehung stehst. In meinen Augen wärst du dadurch nur männlicher. Ja, ja, männlicher. Also, was meinst du? Ich hätte da noch ein paar Fragen. Okay. Und, äh, die wären? Gibt's dafür ein Heimwerker-Sit? Dann machen wir es in der Garage. Nein, glaube ich nicht. Das wäre doch dann so eine Art Geburtstagsgeschenk. Ja, sicher, ja. Und endlich müsste ich mal nichts umtauschen. Und, ähm, während ich mich darauf vorbereite, kaufst du mir dann ein mildes, alkoholfreies Aftershave? Ja, ich werde dir eins besorgen. Und wenn es geht, auch bleib frei. Wir gehen kurz in den Park. Wir sind bald wieder da. Ja, okay. Erste Liste um sechs. Ja, wir sind pünktlich. Bis dann. Hase? Ich weiß nicht, ob das mit der Vasektomie so eine gute Idee war. Natürlich. Überall. Jederzeit. Küchentisch? Nein, nein, nein. Speicher. Nein, da warst du staubig. Lieber da, wo wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Schlafzimmer. Ähm, während ich mich darauf vorbereite, kaufst du mir ein Alkohol- und bleifreies Aftershave? Ja, ich werde es dir besorgen. Weißt du trotzdem bei mir ein, auch wenn ich keinen Köder mehr habe? Nein. 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 Vielen Dank.